Sie hören »Lieber woanders« von Marion Brasch, gelesen von Jasna Fritzi-Bauer, Torsten Merten und der Autorin, ein Hörbuch des Argon-Verlags. Zufall, Schicksal oder einfach Mathematik? Eine praktische Illustration der Wahrscheinlichkeitstheorie. Paul Auster. So ist das Leben. Anonym. Das wissen zum jetzigen Zeitpunkt nur Sie und ich. Wobei der jetzige Zeitpunkt für Sie zum jetzigen Zeitpunkt natürlich ein ganz anderer sein wird als für mich zum jetzigen Zeitpunkt. Vielleicht wird Ihnen das eine oder andere bekannt vorkommen. Vielleicht werden Sie Charakteren begegnen, die Sie schon mal anderswo getroffen haben. Doch lassen Sie sich nicht täuschen. Manchmal spielt uns die Erinnerung ein Streich, schlägt uns ein Schnippchen, gaukelt uns etwas vor. Das ist in den echten Geschichten genauso wie in den Erfundenen. Und diese hier ist eine echte Erfundene. Sie beginnt an einem Freitag im Oktober. Ein für die Jahreszeit ungewöhnlich warmer Tag. Die Sonne scheint, 24 Grad im Schatten. Es ist 16.47 Uhr. Toni sitzt auf ihrem alten Moped und fährt die Landstraße entlang. Langsamer als sonst, um den gutmütigen Fahrtwind und die vielleicht letzten warmen Sonnenstrahlen auszukosten. Es geht ihr gut. Hinter der Bushaltestelle des Dorfes lungern wie immer ein paar halbwüchsige Jungs herum, rauchen und kicken gelangweilt eine leere Dose hin und her. Der kräftigste unter ihnen ist der Anführer der Clique und rempelt die anderen immer weg. Vermutlich würde er auch als Erwachsener mal ein übler Rempler werden. Aus Arschlochkindern werden Arschlocherwachsene, denkt Toni, biegt hinter der Bushaltestelle in eine kleine Straße ein, fährt an der alten Schule vorbei und stellt das Moped vor ihrem Wohnwagen ab. Sie holt sich eine kalte Cola von drinnen und geht nach hinten in den Garten, in dem alles wächst, was sie braucht. Sie wässert die Beete mit dem Schlauch und legt sich in die Hängematte, die zwischen zwei Bäumen gespannt ist. Hier lebt sie jetzt schon seit sechs Jahren und sie lebt gern hier. Den Wohnwagen hat ihr Karl überlassen. Ihr großer, ferner Freund Karl, der sie damals vor dem Ertrinken gerettet hat, als sie weit weg vom Ufer auf hoher See verloren gegangen war. Bildlich gesprochen. Denn sie war noch nie auf hoher See, hat es bis jetzt nur einmal in die große Stadt geschafft. Aber das ist eine andere Geschichte und lange her. Toni schaukelt in der Hängematte und döst. Alex schleppt eine Verstärkerbox in den Saal, in dem die Band heute spielen wird. Er wäre jetzt lieber woanders. Bei der Frau, bei der er heute früh noch war. Und die nicht seine Frau und nicht die Mutter seiner Tochter ist. Sie ist die andere Frau. Er liebt seine Familie. Und er liebt die andere Frau. Vielleicht würde sie heute Abend noch mal sehen. Nach dem Konzert der Band, deren Musik er nicht mag, aber die Bezahlung ist okay. Nachdem er seinen alten Job aufgegeben hatte, war das hier das Beste, was ihm passieren konnte. Nur nicht rumsitzen. Nur nicht nachdenken müssen. Er setzt die Box auf der Bühne ab, schiebt das Basecap in den Nacken und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Viel zu warm für diese Jahreszeit. Ein Bier wäre jetzt gut. Aber erst mal das hier. Sie sind heute nur zu dritt. Der vierte Roadie ist noch nicht aufgekreuzt. Weiß der Geier warum. Hat auch kein Handy, der Typ. Wie kann man in diesem Job kein Handy haben? Alex zieht sein Telefon aus der Tasche. 16.58 Uhr. Drei Anrufe in Abwesenheit und eine SMS von seiner Frau. Ruf bitte dringend zurück. Ein Vogel schilpt im Baum. Toni hat nichts gegen Vögel. Aber dieses Schilpen geht ihr auf die Nerven. Es erinnert sie an etwas, an das sie nicht erinnert werden will. Hau ab, du Vogel, sagt sie. Der Vogel bleibt und schilpt unbeeindruckt weiter.